Boba Fett Bosch Palastwache, Bib Fortuna ähm, Leergefangen, Wespenwache Ugno Ich hab keiner was das ist Luke of Hoth, Schneetruppe, Rebellion Pilot, Rebellion Pilot hoch Hansel mit Kapuze Gradmoth talking, der sieht aus wie ein Fußball Ähm, Imperial Offizier, TIE Fighter Pilot, Todessternwache, ähm, Strand, Strandtruppe Imperial Spiele, Greedo, Greedo ist glaube ich auch ein Kopfgeldjäger, allerdings bin ich mir da nicht Ich will nicht unbedingt jemanden kaufen, der super scheiße und nützlos ist Verkleideter Clone, Mace Windu, Episode 3, Clone, Episode 3, Bla, 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 Bla Bla, 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 Wookie, Bla, Bla Grievous, der kommt auch noch irgendwann, Count Dooku, Plukun, Isla Secura, Shakti, Skitfisto, Kirimundi, Luminara, Boba Fett, Junge, Jango Fett Jango Fett ist auf jeden Fall einer Ähm Aus diesem Grunde Wird er gewählt Zum Präsidenten Nein Ähm Der ist nämlich etwas günstiger als die anderen beiden, die ich hatte Und zwar IGR 80 ist einer Und ähm Oh, da hinten ist er ja gleich Boah Sieht man, ne? Da hat man Einen, der hochspringen kann Einen kleinen Einen, äh Einen Protokollruiden Da Genau Äh Ah ja, der hat ja Doppelschuss Und er kann so einen coolen Kack Oh, voll im Arsch bin ich jetzt, ey So, dann möchte ich kurz gucken Erstmal mal hier so Dann geht das Ding weg Achso Muss erst speichern und beenden Dann müsste ich das Ding eigentlich haben Genau Sechsfache Punktzahl Hä? Okay Eigentlich dachte ich, das wäre Dings Muss ich gleich nochmal gucken Muss ich gleich nochmal gucken Wo das denn ist Der Das extra Der das extra, ne? Äh Kann der sein Das sein Aber kann ich ja mal gucken Wie teuer Sechsfache Punktzahl ist Naja Wäre natürlich geil Wenn ich dir das sogar schon leisten könnte Dann müsste ich nämlich nur mal kurz In irgendein Level rein Und dann Oh Aber das ist von der Profil zu teuer Da Fünffache Äh, fünf Millionen Meine ich natürlich nicht fünffache Moment Ach Ein davor Okay Level vorher Das ist dann Dann ist das Genau Das hier Dagobah Ach nein Nicht Diese Scheiße Freies Spiel Äh Ich nehme Vader Wie gesagt Man kriegt ja eh mal Von jedem ein Von jedem wichtigen ein Und ich sehe das gleich da oben Ach komm Folge mir einfach Frage Wie komme ich da rüber Klär mir da mal Stapeln wir hier mal ein bisschen Was Auch so Das ist ja nicht ganz so wichtig Oh Hilfe Mann Ist ja super Ach da oben haben wir so ein Ding Keine Ahnung wie man da hochkommen soll gerade Ähm Da muss ich mal da irgendwie außen rum Hier lang Ach Hahaha Ach ja Yoda wohnt hier eigentlich schon ziemlich cool Ähm Dann bauen wir uns hier nämlich einen kleinen Traktor Warum der auch immer einen Traktor Warum auch immer der hier einen Traktor hat Das finde ich ein bisschen doof Oh Hat er kein Kart So So Nyaung Vollgas Du Olle Trecke Mist Ich war nicht schnell genug Gas Hä Wie soll man das denn schaffen Ich bin viel zu langsam dafür Ah Na also Das muss ja jetzt sein Das muss es sein So Bevor ich jetzt Ähm So Bevor ich das Level weiterspiele Herzen regenerieren Was Warum Ich will nicht Herzen regenerieren Ich will Minikit Detektor haben Äh Muss ich nochmal gucken Weil irgendwie Das war eigentlich davor Ich weiß nicht ob es so Äh Da noch Ähm Sortiert ist In welchem Level das ist Aber Oh Normalerweise Müsste Äh War das davor Oder sah das zumindest so aus Als wenn das das gewesen ist Hä Sechsfache Punktzahl Herzen regenerieren Und genau da 29 Äh Also Sechs Zwölf Achtzehn Vierundzwanzig Fünfundzwanzig Sechsundzwanzig Siebenundzwanzig Achtundzwanzig Neunundzwanzig Neunundzwanzig Da drin war Eigentlich Müsste Theoretisch Das sein Aber Ist es nicht Ist es nicht Ähm Ja Dann gehe ich mal da rein Ja Egal Neh, wieder Vader Keine Ahnung wo das sein soll Also da mache ich erstmal Episode 5 durch Mit einem Roten Stein Bis ich diesen beschissenen Ach ja genau Das war das Äh So Ja Der nutzloseste Einer der nutzlosesten Charaktere In dem letzten Spiel Hoppla Was haben wir hier noch Ah Ein Hut Ach ja Er springt weg Oder eine Muschilis Ich habe niemanden Den Mütze aufsetzt Äh Ein Hut aufsetzt Ist das nicht toll Nein Ähm Ich kann gleich mal gucken Wie viel Herzen Reineria rostet Ähm Weil es eigentlich auch gar nicht so dumm ist Was mache ich eigentlich Ich bin auch schlau Äh Nein Blöd Blöd Geh mir hier auf den Keks Äh Da Hallo Äh Ja Geil Das ist der Kopf Übermensch Aha Du bist eh gerade der Deswegen So So Ups Das wäre für den Thermaldetonat aus Versehen Aber nur weil ich gerade hier bin Kann ich es ja gleich machen Ähm 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 Aber das ist es bestimmt Aber das ist es bestimmt dieser Dieser Level Hier drin ist das Ding bestimmt Äh Nerv mich Hallo Also Mein Sohn Ich kann das auch Ist hier genauso auf die Dugend Nur eben andere Farbe So Scheiß auf die Kohlen hier Ich soll sterben Hau ab Äh Da Die